... und Fuchs staubt ab, 3 zu 2 Magdeburg. Fuchs, das lässt er sich nicht nehmen, 10 Minuten gespielt, 2 zu 0 bereits für die Magdeburger. Mach einen Heber, sagen die Zuschauer, das macht er der Fuchs, 3 zu 0. Puttkammer und Fuchs, wieder ist es Fuchs, Headtrick. Dritter Treffer in dieser ersten Halbzeit, 45. Minute, welch ein Tag für Lars Fuchs. Da ist Fuchs ganz allein, Lars Fuchs! Der Wahnsinn! Lars Fuchs mit dem Kopf zum 2 zu 1 in Offenbach. Und jetzt macht er hier das 2 zu 1 zum vermutlich erst den Sieg für den 1. FC Magdeburg in der 3. Liga. Ja, der weint ja fast! Was für ein schöner Moment für den Familienvater. Was für ein bitterer Moment! Kein Abseits für den FC Rot-Weiß-Erfurt. Fuchs hat das Tore-Schissen natürlich gelernt in der 2. Liga. So allein, so frei vor Clevin. Das ist doch, ja das ist eine Position für Lars Fuchs. 2 zu 0. Traumstart. Was macht er? Lars Fuchs tanzt Samba mit der Abwehr und dann rein ins Haus mit dem schwächeren Rechten. Ein grandioses Tor von Lars Fuchs. All Panthers. Vielen Dank.